hallo zusammen und willkommen zum krieg salvenkrieg gegen korea refresh 145 rest 72 rest und wir haben ein fast gekleertes board keine ahnung wer dafür noch verantwortlich ist das ist auf jeden fall der anführer der x9 wird das nicht geprägt das ist positiv und wir gehen hier einfach mal rein und versuchen unser bestes jetzt ist ja kurz vor 11 morgen früh finde ich die zeit nicht deswegen mache ich die angriffe jetzt ich hoffe meine konzentration reicht um das gut abzuschließen hier kriegen den 1 lilanen leider nicht rüber um ein diamant zu haben das war spekulativ so mama so das machen wir erst mal so okay das kann man spielen es lösen zwar zwei aus er hat nicht ausgelöst okay das ist krass aber er überlebt oh mein gott nächste runde wird böse es sei denn es hat nicht gereicht aber es sind nur vier rote auf dem board vielleicht überleben wir das und die sterben alle am burn auch ein lila wir brauchen in jedem fall lila lass regat in ruhe ja das sieht gut aus bitte noch nicht voll das kann man regat noch mal nutzen und sollten eigentlich relativ safe sein wohl mit der salve und 8 gelben steinen schaden macht das schon und dieser rote der tic tac macht der aber wir kriegen jetzt noch ein rotes match dann mal regat noch mal start hat dieser hebe nervt wenn jetzt die gelben weg bekommen bitte kein gelb nach oh mein gott naja okay ist ok überleben wir dicke. Und er tickt tot. Jetzt ist die Frage, was passiert mit ihm? Ich kann diese Zeichen echt nicht deuten. So ein Oval. Tony SGE. Ich mache kurzer Pause. Okay, da gab es wohl bei uns ein Kommunikationsproblem. Hell hat sich als Teamplayer erwiesen und einfach den Humor los weggemacht, den Clean. Ach, Zuri ist hier. Haben wir noch irgendwas, was Field Damage ist? Der Kollege hier. Sasabi. Sasabi. Das erinnert mich irgendwie an Sarabi. Aus König der Löwen. So. Heilung über Zeit oder nicht? Na doch. Los geht's. Ist wieder so viel Rot unter der Frick. Wird das jetzt zum Meme? Okay, wir kassieren einen Schlag von ihm. Vollkommen okay. Oh. Oh ne, schade. Okay. Ist vollkommen okay. So. Zack. 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 Jetzt provozieren wir mal ein bisschen auf der linken Seite. Ich hoffe rechts erledigt der Fientes und links die erledigen sich vielleicht selbst. Ja. Zumindest ein Teil davon hat gepasst. Mein Rigat ist gleich weg. Das ist weniger schön. Natürlich gehst du auf ihn. Nicht auslösen. Danke. Danke. Das reicht für Sasabi. So. Dann. Wiederbelebung. Wiederbelebung. Hm. Gucken wir mal. Hier Milieu sollte gegen das Team sehr sehr hilfreich sein. Sollten wir ihn an den Start kriegen. Natürlich. Das ist immer vorausgesetzt. Mach mal trotzdem erstmal so. Das sind Milieu erfrieden. Ah, okay. Ah, Bäre hat Stand gehalten. Das ist schon mal gut. Aber uns fehlt noch was um lila voll zu kriegen. Das ist nicht cool. Das läuft nicht so wie es soll. Das läuft nicht so wie es soll. Oh, das ist gut. Das ist nicht gut. Ernsthaft? Natürlich belebt er wieder. Oh mein Gott. Wie kann ich gegen dieses Team verlieren. Das ist ja abartig. Überlege. 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 Spürt es schlau. Das ist eine Katastrophe. Belebt er natürlich wieder. Und sie kam am Anfang durch und hat auch Emilio. Wäre Emilio nicht? Oh mein Gott. Also wie kann man so unlucky sein? Okay, das ist meiner. Ja. Ja. Für den Gegner ist es perfekt. Für den Gegner sollte es perfekt sein. Wir haben ein bisschen blau. Mal eine Runde probieren, ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Okay. Ach, ne. Ach, meine Fresse. Also heute läuft es ja schief. Wieso? Hm. Ja, ne, ist klar. Blau. Gibt kein Blau. Ne, Katastrophe. Die schweren schlage ich und die eigentlich kalkulierbaren nicht. Okay. Cleanup, Cleanup. Mist. Welcher Cleanup ist ein schwerer? Der da unten. Ach, Mann, 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 Mann. So schlecht. So schlecht gespielt. So schlecht. So schlecht. So schlecht. So. Jetzt ist eindeutig was wir machen. Töten. So. Das war er. Und das wird, ja. So. Los geht's. Und dann haben wir einen nicht so schönen Krieg hinter uns. Was? Ja. Da hätte ich schon vorher spielen können. Es ist aber wohl schon spät. Oh mein Gott. Gelb. Natürlich. Jetzt sind die Minions weg. Warum denke ich auch nicht nach? Warum spiele ich Minions gegen diesen Gegner? Ah, danke. Puh. 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 Manchmal muss man eben Schwein haben. Ach, eh eine Runde zu früh ausgelöst. Das ist doch belastend. Aber es ist egal. Komplett egal. Komplett egal. Komplett egal. Das stimmt. 209 Punkte. Das können wir besser. Defensive. One-Shot. Und ich glaube das war's. Ja. Ein One-Shot. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Kriegsergebnis seht ihr natürlich am Ende des Krieges in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Haut rein bis denn. Ciao, ciao. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich bedanke mich für's Zuschauen.